Michael Keaton kommt zurück als Batman. Und das in The Flash. Ja, am Superbowl wurde ein Trailer released und zwar der zu dem neuen The Flash Film. Ein erster richtiger, vernünftiger Trailer, der uns auch wirklich mehr über die Story und die Handlung des Films zeigt. Aber nicht nur das, sondern auch viele versteckte Easter Eggs und unfassbar krasse Szenen wurden in diesem Trailer gezeigt. Und darauf gehen wir in diesem wunderschönen Video ein. Das heißt, wenn ihr erfahren wollt, was so besonders an The Flash ist und vor allem, ob er es schafft, das DC-Filmuniversum nochmal vor dem Untergang zu retten, darum geht es in diesem Video. Und deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Couch Time Wie diesen Kanal kennen, wissen schon, wenn ich es nicht mehr geschafft habe, mein Hemd zuzuknöpfen, dann ist es Zeit, dass ein Trailer uns alle sehr überrascht hat und für Tumulte und Rufefurore im Internet sorgt. Ich saß am heutigen Tag auf der Arbeit und habe durch TikTok gescrollt und auf einmal sehe ich, dass es einen Trailer zu The Flash gibt. Und guck ihn mir an. Und holy shit, ich war begeistert. Also abgesehen davon, gut, das kennen wir von DC, dass die Qualität unfassbar geil war, die Effekte wie immer super schön aussehen, haben wir richtig viel Story gezeigt bekommen, worum es in diesem Film wahrscheinlich gehen wird. Und für Leute, die mein Video gesehen haben, was meine Filmerwartungen oder Hoffnungen für dieses Jahr sind, fiel The Flash auch darunter. Und in genau diesem Video habe ich auch quasi gesagt, dass es natürlich auch wichtig ist, um was für eine Story es geht. Und zum Beispiel habe ich auch erwähnt, dass so eine Sache wie Flashpoint, beziehungsweise Reverse Flash, eine interessante Sache sind, die in diesen Film rein müssen. Damit er erfolgreich wird. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass wir Flashpoint bekommen, zumindest in einer gewissen Art. Und ich bin mir auch fast sicher, dass wir auf jeden Fall eine kurze Szene mindestens mit Reverse Flash bekommen. Denn dieser Trailer zeigt uns zum einen, wie auch vorher schon in manchen Trailern gesehen, dass es auf jeden Fall zwei Barrys gibt aus zwei verschiedenen Universen. Aber dieser Trailer hat speziell das erwähnt, weil Ben Affleck's Batman Barry Allen fragt, warum er genau in dieser Welt bleibt und nicht in alle anderen Welten geht und diese Welt retten will. Daraufhin sagt Barry, dass in diesem Universum seine Mutter noch lebt. Bedeutet für uns schon mal sehr krass, dieser Barry in diesem Universum ist nicht aus diesem Universum. Was eigentlich ultra heftig schon ist. Und vor allem, was für mich persönlich zum Beispiel auch einen Punkt erklärt, den ich immer sehr, sehr schade an unserem Flash im DCEU fand. Er hatte bläuliche Blitze und er hatte nie so wirklich diese gelben Blitze, zumindest halt dieser scharlachrote Blitz, wie wir es halt aus der TV-Serie kennen. Was aber sehr stark erklären würde, weil er nicht aus diesem Universum ist, würde sich dann natürlich die Frage stellen, ist der zweite Barry, den wir sehen, der dann die roten bzw. gelben Blitze hat? Ist das der Barry aus dem Universum und warum ist er jetzt da und woher kommt er und was passiert hier überhaupt? Wir bekommen auf jeden Fall auch Barrys Kindheit kurz zu sehen und da halt auch die Szene, in dem seine Mutter potenziell stirbt oder bzw. von Reverse Flash umgebracht wird, und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das zu sehen bekommen sollten. Darüber hinweg finde ich es schon sehr krass, dass wir in diesem Film nochmal Ben Affleck als Batman sehen, denn DC hat vor kurzem ja veröffentlicht, hier es wird ein komplett neuer Cut, ein komplett neuer Abschnitt im DC-Film, Spiel und Serienuniversum kommen, mit einer Besetzung, die dann auch fix bleiben wird. Und deswegen finde ich es schon krass, dass wir wirklich nochmal Ben Affleck sehen, aber das hier wird auch wahrscheinlich so ein Elseworlds-Film sein, der halt wirklich einfach einfach ein Film, der nicht zu dem richtigen DC-Film-Multiversum oder wie sie es auch mal nennen werden, dazugehört. Darüber hinaus sehen wir natürlich sehr viel Action in Bezug auf, okay, es sieht so aus, als würden sie Zeitreisen bzw. durch verschiedene Universen in verschiedenen Universen reisen und wir hören auch Barry, wie er sagt, er hat quasi dafür gesorgt, dass es keine Metawesen mehr gibt und deswegen sind sie allen Gefahren schutzlos ausgesetzt. Und somit bekommen wir auch General Zord zu sehen, was übel verwunderlich war, weil es halt eigentlich eher so ein Superman-Ding ist, aber krass, er ist jetzt doch da. Und ja, da er ja, wie schon gesagt, alle Metawesen dieser Erde anscheinend umgebracht oder zumindest dafür gesorgt hat, dass sie nicht leben, fehlt in diesem Universum potenziell auch ein Superman. Aber da kommen wir schon zum zweiten Punkt, denn wir bekommen Supergirl. Genau, ihr habt richtig gehört, ich habe auch erst da gesessen und gedacht, okay, wer ist dieses Girl, was die übelharte Power hat und fliegen kann, ähnlich wie Superman, bis dann der Moment kam, ja, mein Name ist Kara. Und ich war so, jo, es ist Supergirl. Wait a minute, es ist Supergirl? Dieser Trailer war ich dann hoch und runter, der Gefühl, aber zum besten Part oder zum lustigsten Part kommen wir auf jeden Fall noch. Wie gesagt, wir sehen sehr viel Action, sehr viel große Action-Kämpfe und, und, und. Übel gut alles auf jeden Fall gemacht, aber der große Punkt, den viele jetzt sehen, ist halt, wir bekommen einen Batman zu sehen, beziehungsweise wir hören erst einen Batman. Und in der deutschen Synchro, die gleiche Synchro, wie dieser Schauspieler in fast jedem Film hat, hören wir, wie er, Barry fragt, ob er ihm helfen soll oder ob er irgendwie sowas in der Art soll, braucht ihr meine Hilfe oder sowas in der Richtung. Und man hört schon eine Stimme raus, okay, es ist eine Stimme, die wir kennen. Es ist eine Stimme, die uns allen sehr bekannt ist, die im Filmbereich, Serienbereich unterwegs sind. Und dann sehen wir es, Barry und Barry drehen sich um und wir sehen einen Batman-Anzug. Und schon anhand des Kopfes, anhand der Maske haben wir schon wirklich gemerkt, okay, es ist nicht Ben Afflecks Batman, es ist auch nicht irgendein anderer Batman, den wir vor kurzem kennengelernt haben sollten, a.k.a. auch nicht Robert Pattinson's Batman. Nein, die Kamera schwingt nach vorne, wir sehen ein markantes gelbes Emblem mit einer Fledermaus auf der Brust und er tritt ins Licht und es ist, es ist fucking Michael Keaton. Es ist Michael Keaton als Batman. Und er sagt auch seinen ikonischen Satz. Ja, ich bin Batman. Holy shit, hatte ich eine Gänsehaut. Und das, obwohl ich die Filme von Michael Keaton, beziehungsweise die Batman-Filme mit Michael Keaton nie so wirklich viel und krass gesehen hätte, aber es war einfach unfassbar Batman-Gänsehaut-Moment. Ähnlich wie Barry bin ich dann auch fast danach kurz umgekippt. Und wir sehen so viele Dinge, wir sehen halt eine Batcave. Ist es aber die Batcave, die wir sehen im Trailer, ist es die von Michael Keatons Batman? Das ist die Frage, weil viele sagen jetzt auch schon mittlerweile, es gibt eine Szene von Batman auf einem Motorrad. Viele sagen, ach ja, Moment mal, das Motorrad kennen wir doch irgendwoher. Und schließend eine Parallele zu The Dark Knight, wo ich sagen würde, ist, glaube ich, nicht so der Fall. Ich glaube nicht, dass wir den The Dark Knight Batman sehen werden, weil, sind wir mal ehrlich, Batman hat halt Motorräder und das hat jeder Batman. Und wir sehen viele Batmans mit Motorrädern. Aber egal wie, wir bekommen zwei Batmans. Und meine Theorie nun ist, er sagt zwar, ja, ich bin Batman, aber meine Theorie ist, wer sich mit der Flashpoint-Geschichte ein bisschen auseinandergesetzt hat und diese kennt, weiß auch, dass in einem besagten alternativen Universum Batman bzw. Bruce Wayne nicht Batman wurde und das seinen Vater übernommen hat und seine Mutter quasi zum Joker wurde. Meine Theorie wäre jetzt eventuell, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir wirklich zwei normale Bruce Wayne Batmans haben, dass dieser Batman, der von Michael Keaton gespielt wird, eventuell der Vater von Bruce sein könnte und wir dessen Batman sehen. Das wäre so eine kleine Theorie von meiner Seite aus. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, wir werden Reverse vielleicht sehen und wenn es nur für eine kurze Szene ist, ich bin allgemein sehr gespannt, wohin die Story genau führt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir davon einen zweiten Teil bekommen, ist ja nun mal verschwindend gering. Bedeutet, in diesem Film müssen sie es irgendwie schaffen, die ganze Story aufzubauen, coole Action heranzubringen, aber die Story auch quasi abzuschließen. Und ob sie das hinkriegen, das ist die Frage, weil sie haben halt keine zweite Chance. Das ist das Ding. Steht dir meine Sorge? Aber nichtsdestotrotz war dieser Trailer für mich pure Gänsehaut. Ich habe die Bestätigung bekommen, dass ich mich auf The Flash weiterhin freuen kann. Weiterhin finde ich Ezra Miller in dieser Rolle auch unfassbar gut. Nicht so gut wie Grant Gustin, aber schon fast gut. Das ist schon ein cooler Flash-Schauspieler, muss ich sagen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall hübelst gehypt und jetzt halt noch mehr gespannt, weil wir das erste Mal wirklich effektiv wichtige Dinge gesehen haben und coole Dinge gesehen haben. Und ja, ich freue mich und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir noch mehr Trailer bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der einzige war. Ich weiß gar nicht, wann er rauskommt. Habe ich gar nicht darauf geachtet, wann er erscheinen soll. Ob da noch ein zweiter Trailer kommt, ich weiß es nicht. Aber bleiben wir mal gespannt. Auf jeden Fall seid ihr jetzt hier gefragt. Habt ihr den Trailer gesehen? Freut ihr euch auf den Film? Seid ihr genauso beflasht-Fans wie ich? Und wenn ja, was ist eure Meinung zum Trailer? Fandet ihr den gut? Was fandet ihr vielleicht schlecht? Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt und genauso gespannt wie auf den Film. Und ich möchte das Video jetzt nicht noch länger strecken. Es ist natürlich wieder so ein kurzes, knackiges Zwischendurch-Video. Die regulären Videos kommen weiterhin. Denn ich kann euch schon mal sagen, The Last of Us Recap von Folge 5 wird morgen kommen. Das heißt, ihr habt diese Woche wirklich viel Stuff hintereinander. Das heißt, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und dann schon wieder Freitag und Samstag potenziell. Leute, diese Woche ist Power angesagt. Wenn ihr euch für The Last of Us interessiert, checkt auf jeden Fall den Kanal aus. Da mache ich, wie gesagt, jede Woche ein Recap zu dieser neuen Serie. Und allgemein, falls euch Filme, Serien und der ganze Stuff drumherum interessiert, dann schaut euch doch gerne mal auf diesem Kanal um. Vielleicht ist er was für euch. Vielleicht bleibt ihr hier. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video dann wieder auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.